Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Was ich getan habe. Ich will nicht mit Ihnen reden. Aber ich habe Ihnen doch Briefe geschrieben. Die habe ich weggeschmissen. Ich mache mir schreckliche Vorwürfe. Ich habe Albträume. Ich habe meinen Job verloren. Ich kann kaum mehr schlafen. Ich habe solche Schuldgefühle. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich seine Kleider wegräumen konnte. Hey Andrea, wie geht's? Hallo Christian. Was macht Jenny? Ich komme gerade von der Schule und... hatte heute ihre neue Klasse zum ersten Mal. Also was gibt's so Wichtiges? Wo ist deine Mama? Die hat mich doch zu dir geschickt. Was? Die hat mich zu dir geschickt? Wie heißt denn die, deine Mama? Mama. Aha. Mal zu kleiner. Juri. Ja, ja Juri. Ich habe zu vielerweise gar selber was Wichtiges zu tun. Deswegen bringe ich dich jetzt nicht zur Schule. Klar?